So, wir switchen jetzt auf BW um, weil mich Skywars gerade echt nur aggressiv macht. Wie lange habe ich diese Map schon nicht mehr in einer BW-Runde gespielt? Mal ganz kurz, wie ist der Typ? Bin ich der Einzige, der den Namen vom Grünen jetzt selten geil findet? Hallo! Kannst du dich bitte verpissen? Das wäre jetzt so meine Frage. Danke. Hallo! Kannst du dich bitte verpissen? Danke. Kannst du bitte fliegen? Bitte, komm. Für mich. Komm, für den netten Streamer hier. Schade. LOL! Ey, TF hier hat der Typ mich geholt. Tschüssi. Jetzt etwas Pauls Logik angewandt, aber die darf ich anwenden. In der Tat. Ich bin Deutsch. Ich darf das. Eher nicht. Also? Das jetzt zugegebenermaßen. Ich meine, ich will es Ihnen nicht unterstellen. Aber zugegebenermaßen könnt... Ähm. Hi. Okay. Fuck, nein, 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 nein. Wenn ich das jetzt verkacke. Ich würde ausrasten. Fuck it. Ich überlege gerade, ob ich mir die Dings downloade, ob ich dann einfach wirklich die Runde Bad Wars gerade einfach so weg hatte. Und, ähm, entspannte, ähm, hat zum Bearbeiten meines Antrags entspannte, äh, entspannte drei Monate, oder so, das hat es gebraucht und in der Zeit hatte ich halt irgendwann einfach keinen Bock mehr auf Minecraft. Und, ähm, entspannte drei Monate, das hat es gebraucht und in der Zeit hatte ich halt irgendwann einfach keinen Bock mehr auf Minecraft. Und, ähm, entspannte drei Monate.